Hallo, Servus, heute sind ich soweit wie versprochen das Video für unsere neuen Zimmer. Am besten kommt ihr gleich nachher und werfen wir mal einen Blick ein. Kommt! Das riecht jetzt noch so neu. Der neue Schrank. Schön ins Eck integriert mit Schiebetüren. Nicht der Schrecker, da ist ein Bewegungsmelder drin. Ah, war fertig, jetzt ist er da. Also, wir haben hier die Fächer mit Safe und Hemden, Anzüge, Hosen könnt ihr auch noch aufhängen. Genügend Platz für zwei Personen. Dann, wo gehen wir gleich weiter? Gehen wir gleich ins Bad. Nein, jetzt machen wir erst noch das Zimmer. Das Zimmer, hell und freundlich. Ich finde, es hat unheimlich auf dem Raum gewonnen, weil wir hier voll die Heizung gemacht haben. dieser Fächer ist da hergegangen. Jetzt haben wir eine kleinere, kürzene Heizung. Stimmig, mit dem Schiefer. Die farbige Wand im Hintergrund. Das Bett ist der absolute Hammer. Und mein Lieblingssessel. Der ist, ah, so beklemmert. Gehören. Mal zum Zitzen, bitte lesen, entspannen, alles gut. Jetzt zeig ich euch mal das Bett zusammen. Dann gehen wir hier. Das Bett, da ist jedes Bett anders gedruckt. Wir haben drei verschiedene Fotos. Das ist Stubenberg. Das ist eine Nachbarortschaft. Ganz ein schöner, äthilischer Ort. Mit toller Kirche. Mein Highlight, weil immer über die Frage aufkommt, darf der Hund ins Bett oder nicht. Die erübrigt sich hier jetzt, weil wir extra Betten anfertigen haben lassen. Die gibt es hier noch nicht. Die mit Kunstleder bezogen sind. Somit kann der Hund, wie mein Herrchen und Frauchen, im Bett liegen. Da hat er eigentlich sein eigenes Hundebett. Genau. Ich finde es super. Man kann es abwischen. Es gibt keine Fußtapper mehr. Einfach toll. Können wir die Kiste mal heraufkommen? Komm her. Komm her. Ich kann jetzt den ersten Hund, der rauf darf. Ich fühle mich pudelwohl. So, dann kommst du mit. Das letzte. Auch hunderschön. Ich denke, die meisten Gäste kennen ja unsere alten Bäder. Schaut euch mal das an. Wir haben die Badewanne rausgemacht. Eine große Dusche rein. Seid nicht so schüchtern sind nicht. Erst schon eine. Es gibt neue Waschbecken. Es ist alles neu, neu gefriest. Die Decke haben wir abgehängt. Es ist hell und freundlich. Ich finde es perfekt. Super. So. Jetzt seid ihr so nett. Ihr kommentiert das Video. Mir hat euch die neuen Zimmer gefallen. Und vielleicht beim nächsten Buchen kriegt ihr es auch ins Zimmer. Servus. Junge. Wenn van euch das alles. Hurraben sich das Euch.